Bezirksregierung Ansberg, Kampffittel Beseitigungsdienst. Wir hatten heute hier in Münster im Meisenweg eine 5-Zentner-Bombe, also 250 Kilo, mit einem Aufschlagzünder. Den konnten wir gut mit Fernentschärfungsgerät entfernen und haben anschließend den Detonator gesprengt. Weil der Detonator sitzt hier hinten, sie müssen nur wissen, wie weit sie bohren können. Aber das ist etwas, was wir, wenn alle Stricke reißen, sitzen wir mit der Hildi davor.